Moin moin und hallo Leute, ich bin's Fresh G und herzlich willkommen zum Germ Top COD Shot vom 31.12. Ja man, das Jahr ist endlich geschafft und hier haben wir natürlich den perfekten Clip für Silvester, ja, wie soll es auch anders sein. Heute ist UTM Rhysem für euch dran in frei für alle auf Village und er holt sich hier mit der Sniper, schwuppdiwupp, 10 Mann hintereinander, 100% Präzision, jeder Schuss sitzt. So muss das sein, ehrlich gesagt fehlen mir da die Worte, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll, ja, diese tödliche Präzision, er holt sich jeden Mann hier hintereinander, er kämmt nicht, er patrouilliert nicht oder irgend so einen komischen Kackela Kack da von Taktiken oder sowas. Er ist einfach der Aggro Sniper, der alles für sein Team klärt. Sau geil gemacht und was soll ich dazu noch sagen? Ich wünsche euch stellvertretend für das ganze Germ Top COD Shots Team einen wunderbaren Rutsch und passt auf euch auf und trinkt nicht allzu viel. Also bis zum nächsten Jahr bei Germ Top COD Shots. Ciao! Germantop COD Shots Germantop COD Shots Germantop COD Shots